Hey Leute, der Oberschenenmann ist wieder am Start heute mal in Rackroom. Das ist FNAF 2, RP, Dreck, keine Ahnung. Ich stumm mich aber mal lieber, weil die anderen verstehen kein Deutsch. Denk ich. Abedjavo! Oh, ich will mich jetzt nicht gut. Der eine erzählt wirklich gute Geschichten eigentlich. Also, diese Bar-Fail hier. Ja, also ich lächelte Aufnahmen von diesem komischen Hip-Holah. Aber trotzdem... Oh, shit! Also, für alle anderen. Das ist nicht hier, sondern hier. Das ist nicht hier, sondern hier. Das ist mir, wenn jemand hier in der Bar-Fail war. Das ist ein Delightful Picnic mit meinem Freund Orville. Und ich sagte ihm, Orville, ich habe eine Geschichte. Und er sagte mir, Was ist die Geschichte der Geschichte? Und ich sagte ihm, Oh, Orville, Not every story Has to have significance, You know? Sometimes, You know, Sometimes a story is just a story. You try to read into every little thing And find meaning in everything anyone says. You'll just try to be self-raint and have a friend doing once. Wasn't pretty. We talked about it for years. And not only that, But you'll likely end up believing something you shouldn't believe in. Danke, Foxy. Also, das ist, ähm, natürlich nur ein kurzes Video, ne? Also, ich... Was? Äh... Was zur Hölle? Äh... 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 Ich werde jetzt jede Wand absuchen. Das ist komisch und unruhig. Oh my God! I'm the Freddy Fazbear, hum 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 Okay, das war cool. Peekaboo. Ich will wie der Opa Schienmann sein. Opa Schienmann is back, bitch. Ja, Leute, das war's auch schon wieder von diesem dreiminütigen Scheiß. Peekaboo, du hast nichts gesehen, verstanden? Du hast nichts gesehen! Peekaboo, Peekaboo, Peekaboo. Er ist ein Puppelgein. Er ist ein Puppelgein.